Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ich trainiere schon seit 5 Jahren im Fitnessstudio und habe schon einige Booster ausprobiert. Bei Massive Pharmaceutical dreht es sich nicht um den Ike Pump, den man Ike von einem Booster erwartet. Dieses Produkt ist ein Allrounder. Man fühlt sich fit, motiviert, konzentriert, fokussiert und halt allgemein mehr Kraft. Ich kann dieses Produkt eifnach nur weiterempfehlen. Wer jedoch nur auf starkem Pump aus ist, wird mit dem Produkt nicht zufrieden sein. P. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.